Grüßt euch, bei mir ist jetzt der Steve. Servus Steve. Servus. Steve, magst du ein bisschen was von dir erzählen? Ja, also ich bin der Steve, ich bin 20 Jahre alt, ich arbeite bei den Stadtwerken. Ja. Was hast du denn für Hobbys? Ich spiele gerne Fußball, ich tue ein bisschen tanzen, ansonsten gehe ich gerne mit Freunden fort. Okay, sportlicher Typ? Relativ, ja. Relativ? Genau, relativ. Okay, und wie stellst du dir deine Traumfrau vor? Meine Traumfrau soll relativ sportlich sein, also angepasst zu mir, weißt du schon, ein bisschen ein bisschen offener Typ, Hurtge, sollt ihr auch gerne, aber auch mal einen gemütlichen Abend daheim oder so. Okay, eine lustige? Ja, eine lustige habe ich gerne. Okay, was geht einem überhaupt nicht an Frauen? So eine richtig Zicke, das packe ich überhaupt nicht, weißt du? Keine hochnäsige? Nein, hochnäsige ist nicht gut, also eine richtig griebige ist am Gescheitern, weißt du? Okay, wie würdest du ihn du selber beschreiben, charakterlich? Charakterlich, ich bin ein offener, ehrlicher Typ, wenn mir was nicht passt, noch so. Sag ich es ihr gleich, ansonsten, ich bin eigentlich auch nicht der Typ. Okay. Du, gibt es irgendwas an dir, wo man mit einer Frau leben können muss, wenn sie mit dir zusammen sein will? Eigentlich nicht wirklich, ich bin ein offener Typ für alles, also wenn was nicht passt, dann soll sie es auch sagen. Okay, man kann alles ausreden? Ja. Alles klar, so das war jetzt der Steve, bitte meldet euch bei ihm, führt euch. Vielen Dank.